ja leider ist davon gar nichts das was ich wollte aber ich glaube ich glaube nehmen einfach mordkaiser damit ich nicht gekämmt werden kann ich mache ich mache dazu ja sie wäre auch gut gewesen gebe ich zu gebe ich zu eigentlich glaube ich über bords hätten werden gefällt mir ja interessant interessant geil zwei kills auf der jenna schmackhaft was gehe ich neid haus da wahrscheinlich und hau dem so richtig hau dem einfach so richtig ins gesicht so und so ja ja gefällt mir damit werde ich sowas von weg ihr wisst bescheid ich könnte gleich mordkaiser ulten einfach aber ich weiß nicht mal ob ich das gewinne so richtig ha 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 arschkind das tut mir natürlich ein bisschen leid das war schon ziemlich unfair da hatte der gar kein counterplay spaß tut mir natürlich nicht leid aber da ist gerade meine queue abgelaufen wall of steel ich bin 50 lp von challenger gerade entfernt zurzeit so sie weiß aber wie es läuft dann aber heute ist der tag wo wir die 50 lp wieder machen ich bin da ziemlich guter dinge ich habe ein gutes gefühl dass wir die machen ich bin so stark jetzt ne ich bin ultra stark ich kann die einfach ich kann ihn so weg ich weiß noch nicht was ich mache wenn jahren kommt und ich keine morde kaiser ulter pop hoch hoch Das ist die Frage. Das ist natürlich unfair, wo er hin konnte. Geil. Ja. Ja. He's dead. Ja. 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 Ich will dich einfach nur über Agurin sehen im Ranking. Ah, das ist komplett Latte. Ich will einfach nur Challenger sein. Umso besser, wenn es mehr deutsche Challenger-Spieler gibt. Umso besser. Wir pushen unser Land hier. Oh ja, nehme ich gerne an. Oh, jetzt habe ich Ulti. Jetzt bin ich gespannt. Zack. Oh, ich habe so Bock hier jetzt Leute weg zu pfeffern, ey. Könnt ihr euch das vorstellen, wie viel Bock? Entweder nehme ich Platings oder ich gehe hier Botlane Leute töten. Ich glaube eher, Botlane Leute töten. Ja, hier wird Jarvan noch drin sein. Ich habe so lange gebraucht, Jarvan zu töten. Ich hätte denen einfach Mordkaiser ulten sollen. Den neuen Diana-Skin habe ich leider noch nicht. Konnte ich nicht nehmen. Yasu, die Fiddlesticks, Ul. Das war natürlich auch fies, ne? Oh mein Gott, Nocturner Mumu ist so broken. Hei, 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 hei. Woher kennst du eigentlich Orange Morange? Er hat meinen Stream geschaut. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann ihn gerne mal einen LOL coachen, wenn er möchte. Okay. Und dann hatte ich ihn mal gecoacht. Und ja, seitdem schaue ich ab und an mal bei ihm rein. Er bei mir jetzt nicht mehr, weil... Hat er letztens im Stream gesagt. Zeit oder sowas? Oder er, ne, er spielt kein LOL mehr. Genau. Er ist komplett weg von LOL. Aber, ja. Spricht man Orange Morange wirklich Englisch aus? Ich weiß nicht, Ernest. Ich habe es bis jetzt immer so gemacht. Manche sagen auch Orange Morange. Ja, ja, come with me, guys. Come with me. Ich mache euch alle weg. Ich mache euch alle weg. Bye it. Have a great time. Ich weiß gar nicht, was ich hier nachbaue. Gehe ich Cosmic Drive auch, oder? Boah, wie viel Damage das war. Ich glaube, ich gehe hier einfach mal Top-Lane. Maybe geht hier für Plates, und... Ich kann... Ich kann Mitte, glaube ich, da gar nicht so viel machen. Ah, das sieht mir aber sehr defensiv aus, wie die da spielt. Scheiße. Das war ja nichts. Ich würde die schön gerne Diven, bin ich ehrlich. Ach komm, lass einfach mal gucken, was geht hier. Ich glaube, ich kann sie one-shotten, wenn ich rankomme. Ja, okay. Nashor's second. Ja, Nashor's ist ein gutes Item. Ich baue mal Nashor's dann. Ja, Sonja ist eigentlich jetzt auch noch. Ja, da haben wir aber lange hin und her gespielt, ne? Bis sie mich einmal auto-detekt hat. Dann war zu Ende. Ja, alles gut, Nocturne. Ich habe die Waves sonst auch. Ach ja, gut, jetzt musst du sie nehmen. Ich glaube, ich habe mal direkt mal Bot-Lane. Gucken wir, was da so geht. Ich habe keine Uld, aber... Aber das sollte schon... Das sollte auch so passen. Oh, nicht in den Knock-Up rein-diven. Nice one. Nice. Ja, gut, dass Nocturne die Wave gepusht hat, ne? Was max ich als zweites? Oh no, er kriegt First Blood Turret. Weil ich so viel roamen gehe. Nein. B second. Nice. Habe ich einen Punkt reingemacht gerade. Ich bin so stark. Ey, heiliger Wimbam. Ja, ich sage mal so, meine Freunde. Das wird jetzt ein Spaß für alle Gegner. Hat der jetzt wirklich einen Ping-Wall hingestellt? Das ist so frech von der. Einfach One-Shotten, oder? Scheiße. Da wären Sonjas natürlich ganz praktisch gewesen. Die hat mich mit ihrer Stopwatch auf jeden Fall ein bisschen outplayed. Mehr Kills als Minuten auf der Uhr. Oh, damn. True. Ich mache mehr als ein Kill die Minute. Ja, fühlt sich aber auch so an. Fühlt sich spaßig an. Die haben alle vier Tode. Ja, da ist jetzt hier dieses Meme mit alles ist im Gleichgewicht oder so. Kennt ihr das von, wie heißt der Bösewicht da? Der, der die halbe Menschheit ausgelöscht hat. Thanos. Thalnos oder Thanos? Nur Thanos. Ja, nice bait. Wir müssen weiter an der Kill pro Minute arbeiten. Oh, ja. Willkommen, willkommen, willkommen. Hierhin am besten. Ah, schade. Okay, wir gehen für den Ezreal. Das soll ja schon mal kein Problem sein. Ja. Nächster. Ah, wir können Top Wave. Top Lane. Die Vane. Oh, scheiße. Die hat die einmal weggepullt. Naja, gut, dann weiß sie jetzt, was auf sie zukommt. Mann, ich wollte Ulten für die. Ja, jetzt erstmal wieder Midlane Diven. Oh, was macht der denn? Oh, was macht der? Fällt mir. Ah, Ignite reicht leider nicht. Ah, ich könnte mir einfach einen Rabadons gleich kaufen. Oh, ich hätte nicht so schnell die töten sollen. Ich hätte auf Cooldowns warten sollen. Und dann erst, wenn ich wieder Cooldowns habe, sie töten. Damit ich dann nicht da in deren Kackpot mithänge. Oh. Ah. Ja, ich muss sagen. Diana. Approved. Und ich habe jetzt da nicht mal eine gute Ult. Wisst ihr, ich spiele ja Low Budget Diana gerade. Jo, das hier ist auf dem Main Account. Jo, bad Diana compared to Grandmaster Player. Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der hat aber auch einfach recht. Ich bin wirklich bad. Sehr bad compared to Grandmaster Player. Ich bin wirklich bad. Ja. Ich bin ich da nicht. Ich bin echt. Ja, ich würde gerne wie ein One-Shotten hier. Ja. 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 Ich bin echt. Ja. Ja. sehr gut ich würde gerne den jas zu noch feiern wollen nice ult von mir auf jeden fall ich bin full build jetzt ich habe eben noch rabattons dazu bekommen das wird jetzt halt nicht spaßiger für die gegner bin ich ganz ehrlich das wird eher schmerzhafter zwei kills pro minute wird wohl eher wenig wird wohl eher nichts mehr zwei kills pro minute hört er sehr schwierig aber wir haben die ein kill pro minute auf jeden fall schon mal gesichert es ist die frage wie viel wir kriegen wir haben noch turner mumu und das so broken ich habe so bock da jetzt die leute zu one shotten ich brauche nur qi oder dann sind die schon tot oh ja oh ja nein nein ich konnte nicht folgen weil ich weil ich gesnared war ich werde jetzt einfach vernichten werde ich komplett bleibt davon stehen ja ich glaube auch fragezeichen ist glaube ich richtig kommen junge die werden werde ich jetzt so um um ram einfach scheiß mal scheiß mal auf den ich will die beiden um dran komm 1v1 me bro ja warte jetzt warte jetzt warte jetzt junge ich brauche nur ein auto check 28 kills können wir auf die wein noch mal ja 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 lass noch mal auf die wein reinfahren sobald die wein da ist die sind wir da alle rein ich habe den kill nicht bekommen oder was das war nur für das fragezeichen was sie da was die geschrieben hat sowas was ich nicht mit machen wirklich nicht und hier können wir die kosmik drive kaufen für noch noch ein bisschen mehr ap es sind auch zwei kills pro minute ich glaube auch sind zwei kids pro minute oder ich habe 29 kills also jetzt Minute 20 kommt ungefähr hin denke ich give Azrael a kill please nein wir machen die jetzt einfach ohne ohne gnade werde ich die alle vernichten das werde ich mit denen machen ich dachte das wäre ein team game nein 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 das ist ein wie viele kills schafft phil game oh mein gott dieser verstärkte auto tech nein leute das ist nicht gut das ist oh ihr tötet ja gar keinen sich gerade so ja gut haha das wiederum ist natürlich sehr gut jungen oh somos oh oh nein ja nein nein ah ah der disrespec Nein, 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 das ist ein Dilemma. Oh, was war das denn, was war denn das hier, was war das denn hier, was war denn das, oh Mann ey, ich habe ganz schlimme Schmerzen in meinen Fingern, ja das kann ich mir vorstellen bei dem Gameplay, okay Leute, wieder rein pfeffern jetzt, Attacke, rein in die Masse, wir haben Nocturner Mumu Ult, wir haben Diana Ult, okay, so früh vielleicht dann nicht. Ich muss sagen, Leute, One-Shot macht halt ultra Spaß, ne. Ich kann jeden Diana Spieler verstehen, warum er Diana spielt. Oh ja, hier rüber. Ich muss da rein, wir müssen da hin, wir müssen da irgendwie hinkommen. Einmal nur Mordeca ist der Ult für einen Kill. 36 haben wir schon mal, ne, also. Game. Warum macht denn das so Spaß? Oh ja. Ah, oh, ich wäre fast, oh, ich wusste nicht, dass wir reingehen. Ich konnte auf beide springen. Oh. 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 Ja, das war doch ein geiles Game, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich hier gar nicht wenig honorieren soll. Aber der Nocturne hat mir einiges erleichtert. Oh, nice. Wir haben einen Orb bekommen. Der, der, er ist killsichtig, ja. Ja, ich glaub, der, der Ezreal, der hat schon recht. Okay. -